Liebe Eltern, für alle Teilnehmer, die in der Halle trainieren, möchte ich noch mal daran erinnern, doch bitte Hallenschuhe mitzubringen. Liebe Grüße, euer Ingo. Tschö mein Schatz, hast du die Hallenschuhe dabei? Ja klar Mama, hab ich. Bis gleich, tschüss. Mensch, stopp! Mann, hast du keine Hallenschuhe dabei? Doch, die hab ich doch an. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020